Pferdewetten Dauergewinne durch Quantenmechanik-Verskränkung-Doppelspalt-Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Mittwoch, der 10. April 2019 und ich komme soeben wieder aus dem Wettbüro und habe dort das Pferderennen Nummer 5 in Mont-de-Marsan in Frankreich gewettet und natürlich wieder gewonnen, denn die Technik der Quantenmechanik mit der Verskränkung und dem Doppelspalt kann einem im Voraus schon sehr gut das Siegpferd voraussagen. Es handelt sich um ein Pferderennen über 2400 Meter und einem Preisgeld von 15.0 Cent 0 für Pferde ab 3 Jahren und hier die Daten. Pferd Nummer 1, Forecast 56, zuletzt Platz 3 und Platz 9 mit 1 Meter Zeit von 0,0010309 und 0,001049 und einem Mittel von 0,0010399. Pferd Nummer 2, Forecast 360 und bisher 4739, und die Zeit 0,0009172 und 0,000899 und 0,0009314, ein Mittel von 0,0009161. Pferd Nummer 3, Forecast 200, zuletzt nur einen achten Platz und die Zeit 0,001065. Pferd Nummer 4, Forecast 580, Zeit 0,001101 und 0,001062 und 0,001066 und Mittel 0,001076. Pferd Nummer 5, Forecast 580, bisher 4 bis 4 und Zeit 0,001054 und 0,001001 und 0,00106 und bisher nur ein vierter Platz. Pferd Nummer 6, Forecast 58, bisher 4 bis 4 und Zeit 0,001054 und 0,001001 und Mittel somit 0,0010279. Pferd Nummer 7, Forecast 170, bisher 5883 und Zeit 0,00094645 und 0,001045 und 0,001070 und Mittel also 0,0010267. Pferd Nummer 8, Forecast 990 und bisher 9 bis 8, Zeit 0,001003 und 0,001087 und Mittel somit 0,001093. Pferd Nummer 9, Forecast 48 und bisher 2 bis 8 und Zeit 0,000984 und 0,001154 und Mittel also 0,001089. Pferd Nummer 10, Forecast 380 und bisher 6 bis 5, Zeit 0,000008386 und 0,001087 und Mittel somit 0,009628. Pferd Nummer 11, Forecast 270 und Zeit 0,0010675. Pferd Nummer 12, Forecast 280 und bisher 793 und Zeit 0,001061 und 0,001102 und 0,001048 und Mittel somit 0,0010705. Pferd Nummer 13, Forecast 480 und bisher 5, 16, 9 und Zeit 0,001005 und 0,001070 und 0,000871 und Mittel somit 0,000983. Pferd Nummer 14, Forecast 240. Pferd Nummer 15, Forecast 71. Nach alledem habe ich mich aufgrund der Berechnungen mit der Quantenmechanik und der Verskränkung dazu durchgerungen, zwei Siegpferde zu wetten und zwar das Pferd Nummer 5 und das Pferd Nummer 2. Dann begann um 14.07 Uhr das Rennen und gewonnen hat die Nummer 5. Als zweites Pferd kam die Nummer 1 ins Ziel und als drittes Pferd kam die Nummer 9. Ich habe also gewonnen, da ich das Pferd Nummer 5 ja gewettet habe und habe eine relativ hohe Quote von 62 bekommen.